Oh Mann ey, so kann man die das DLC auch in die Länge ziehen auf jeden Fall Munition gefunden, war schon die ganze Zeit da Herrlich Puh, okay So, kommt er wieder hier lang Acht Schuss, mit acht Schuss kann man schon ein bisschen was machen auf jeden Fall Ich darf den jetzt mal hinterher Schuss Was ist das? Okay, ein Krieger weg Stirb, Junge, stirb Das hätten wir Alter Das war ein bisschen unkonventionell auf jeden Fall, aber was soll's Oh, hier war noch was gewesen, und hier war auch noch was gewesen Das ist halt nur die kleine Ellie So, Essen Hier lag mal irgendwo Essen Wo lag denn das Essen? So, suchen wir mal schnell ab hier Die halten aber auch viel aus Wenn man die nicht ins Gesicht trifft Was ja bei meiner Schusstechnik auch fast nicht möglich ist Oh, tausend Sachen hätten wir hier gefunden Für ne Bombe Oh, ja Alkohol Oh, Alkohol So, dann gehen wir mal raus Und wir haben Strom Und wo sind wir Oh, verdammt Wo zum Tafel kommen die her Oh, scheiße So Okay, der ist da Vor allem wieder zwei von denen, ey Ich kann ja nirgends wohin, ey Scheiße, mir fehlt immer Sprengstoff Okay, sieht er mich hier auch nirgends Wo ist der andere da? Okay, kann ich jetzt hier einfach durch Mach zu Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Oh, fuck, oh, fuck Wohin, wohin, wohin Boah, sind da jetzt viele da unten Boah, sind da jetzt viele da unten Alter, wieso hast du die Tür nicht wieder zugemacht, ey Oh, fuck Ich hab ein paar Rekorder gefunden Vielleicht können wir das alles hier aufzeichnen Gäbe mir einen Grund zum Reden. Wenn auch nur mit mir selbst. Du hast mich neulich ziemlich böse geschlagen. Ernsthaft. Es tut immer noch weh. Ich wollte dich bloß füttern. Du hast mich beschuldigt, dir Essen zu klauen. Hast du eine Ahnung, wie hungrig ich bin? Ich weiß ja, dass nur das Fieber aus dir spricht, aber... Ich bin abgehoben, weißt du? Hei, ich war schon 10 Meilen aus der Stadt, bevor ich mich umgedreht habe. Du hast schon recht. Wir schlafen zusammen, essen zusammen, scheißen zusammen. Wir sind eine Familie. Also... Nein, nein. Ich gehe nirgends hin. Gott. Lass es ihn überstehen. Das ist doch albern. Okay. Ein Lager. Aber wo müssen wir jetzt hin? Ich hätte eigentlich gerade gedacht, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Da hinten. Aber scheinbar müssen wir doch hier hin. Ah, hier hoch. Alles klar. Oh, scheiße. Oh, ich hab's ja noch. Aua, 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 aua. Au, aua, aua. Das war laut. Ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los. Bist du bereit? Total. Total. Geil, ein Rummel. Die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat es mir erzählt. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Na klar. Hupsala. Okay. Ja. Bist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her. Nein, du schaffst das. Los. Oh Mann, das ist irre. Komm, Jan, komm hier hoch. Setz dich neben mich. Okay, warte. Ah. Nein, 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 nein. Ich bin doch gerade erst drin. Schade. Lebe! Also ich fand's toll. Da hast du's. Oh. Ich hab da noch was. Was ist das? Was sagt der Hase zum Ekel? Was ist das? Du bist so spitz, finde ich. Nee, oder? Du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Ähm. Die kalte Schulter. Hahaha. Hier. Für dich. Weißt du, du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich mein' ja nur. Ich kenn' dich doch. Ich mein' ja nur. So, was machen wir jetzt? Okay. Bist du bereit? Bereit. Witz. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bähkartoffeln. Bähkartoffeln. Ah! Hahaha. Hahaha. Sehr gut. Sehr gut. Aber gut. So ein Rotz. Komm, einer geht noch, he? Und ein gekochtes Ei am Morgens kaum zu schlagen. Hahaha. Hahaha. Witzig. Das ist lustig. Das gefällt mir. Komm mal hier, Riley. Ich lese gerade ein Buch über Anti-Schwerkraft und ich kann es einfach nicht wechseln. Hahaha. Schön. Haha. Ja, der ist klasse. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde. Ooooooh. Hahaha. Hahaha. Wohin geht ein Wal zum Essen? Ins Wahllokal. Hahaha. Hahaha. Albern. Das ist so albern. Hahaha. Was heißt Geigenkasten auf Spanisch? Fidel Castro. Jaaa. Ohhhh. Guck mal hier, ein Facebook-Zeichen. Ich gehe kaputt. Wie entstehen Kinder? Na, Intimarbeit. Oh. Ja. Papiert? Ja. Intimarbeit. Ja. Wie funktioniert das? Du musst einfach den Anweisungen folgen, glaube ich. Soll ich? Nein. Weißt du was? Du machst das. Okay, dann mach ich das. Hahaha. Und los geht's. Ähhh. Freunde. Probieren wir Freunde. Das ist aber niedlich. Ich bin der Frosch. Du kannst hier keine Figur aussuchen. Bereit machen? Ha. Okay. Lächeln. Hahaha. Wie ein Engel. Hahaha. Hahaha. Okay, was Gruseliges. Rrrr. Rrrr. Nach vorn, nach vorn. Rrrr. Rrrr. Oh, oh. Jetzt mal eine Fratz. Okay. Rrrr. Jetzt ein Knatschgesicht. Rrrr. 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 Hahaha, ist das geil. Okay. Was ist ein Facebook?! Rrrr. Ne, das will nicht. Was schreibe ich da? Einfach irgendwas? Deinen Nachnamen oder so? Okay, und fertig. Oh, es teilt. Keine Internetverbindung. Was ist das? Oder wir drucken unsere Bilder einfach aus. Ich weiß. Das war jetzt auch eigenartig gewesen, oder? Okay. Was? Nochmal. Schade. Wollen wir uns weiter umsehen? Oh, ja. Ach. Achtung. Die nächste Geschichte beginnt.